Was hab ich, mein Sound was an? Wenn du mir das so heilst. Ich heil? Achso. Jetzt. Wo waren wir denn? Ach hier. Wir sollten ja hier wieder raus, ne? Ja, aber es ist Nacht, oder? Ja. Na, happy Geburtstag. Aha. Hallo. Ich bin dann mal weg. Ich hab noch einen Termin. Ich setze dich aber auch an. Mensch, du. Oh, da ist er, der Gucker. Oh, ab, ey. Hauen sie ab, Mann. Ja, so da gerade spaßig nach. Oh, da hinten steht auch schon wieder einer. Alter. Oh, moin. Moin. Also, nachts ist hier nicht gut kirchen essen, wa? Hallo. Nee, eigentlich nicht. Das ist so runtergefallen. Bestimmt, Luwock. Okay, super, danke. Haben wir irgendwo, wir haben noch hier gerade eine Safe Base gegenüber. Ja, wo Universität steht. Wo wir so nicht da rein. Und, äh, und schlafen. Ja, können wir machen. Hab's mal ein bisschen leiser gemacht, ist jetzt besser. Hier mit seinem Enterhaken angibt. Hallo. Was denn hier? Was denn hier? Komm hier rein? Mach die Tür auf hier. So. Können wir hier die Ründchen ratzen? Auf jeden Fall, okay. Äh, sieht gemütlich aus. Ja. Sieht gemütlich aus, du heilst. Ich helle, ich kann nicht heilen, Leute. Ich kann, ach so. Hallehof Dresdenhof Hallen. Ich kann gerade eben noch. Ja. So, zum Beispiel, so, so, so. So oder so oder so oder so. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Nach. Hier, danke, Schüder. Was ist jetzt schon wieder? Fertigkeit, Überlebensrang. Was ist hier? Fertigungsanspette. Fertigungsanspette, für besser die Fertigkeiten herstellen. Kontaktieren Sie den GRI. Auspuff. Aber wir müssen ja wieder draußen. Ist hier. Dämpsel. So, dann müssen wir zum GRI. Wie geht's gut, Bill? Abwurte den Setup. Benutzige euch zum Einpadden. Sehr gerne. Die große Stream-Maler halt, ja. Sehr gerne, Baby. Sehr, sehr gerne. Nee. Nee. Sollen wir ganz hin? Jetzt fangen wir das Ganze mal ein bisschen leiser. Auf den Turm müssen wir rauf. Ja, toll. Schon wieder. Geile Mart. Sind die schon wieder rot? Zerab. Oh, hier ist eine Pflanze. Ein Flänzchen. Eine Flänzsche? Eine Toxische. Oh Gott. Mein Herz. Tada. Steht hier. Parcours forever. Na. Hey, weiterholt. Letzter ist oben. Ja. Jetzt gehst du hier wieder hoch. Warum? Ein Wurflicht hier rum. Stromschläger-Mod herstellen. Stromschläger-Klinge. Geh doch mal da rüber, Junge. Knottestein-Hütte ist etwas größer, ja. Industriehallenzockerloft. Ja, sowas für dich ganz ehrlich. Also, wenn ich die Kohle hätte, ich würde mir einfach so ein Industrie, so ein Beton-Industrie-Gebiet, was es gibt, also so eine Hütte kaufen. Oh, schön ausprobieren. Ich werde jetzt mit dem GRI sprechen. Und schön ausprobieren, jetzt hier. Nischt. Bis später, Troy. Sagt denen gar nichts. Sieht gemütlich aus. So, was sollen wir machen? Hier ist Crane, hören Sie mich? Herausforderung. Reis. Wo bist du? Der Basmati. Genau da, wo ich sein sollte. Auf der Spitze meines Torns. Er ist noch nicht ganz fertig, aber... Wird auch nicht mehr. Aber trotzdem ein Symbol des Chaos. Er steht für Entropie und dafür, was es heißt, sein eigener Herr zu sein. Ach, Ponografie hat er gesagt? Für das, was du Jade angetan hast. Für alles. Mhm. Jawohl. Sieht fast aus wie ein Kiel hier, oder? Hier sieht es aus wie Kiel. Ich glaube nicht. Stimmt, hier sieht es besser aus. Genau. Da passt Kiel noch 30 Mal rein hier in die Stadt. Weißt du was? Vergiss es. Es gibt keinen Krieg. Hör auf zu labern, ich will ihn töten. Oder irgendwen töten. Das ist echt so. Bin ich hier, um zu denken? Bin ich hier, um zu lenken? Ich werde Herran verlassen. Du musst wissen, ich habe dein Kommunikationsgerät zu benutzen, eine Abmachung mit dem GRE zertreffen. Hör mal auf zu quatschen jetzt. Ist hier ein neuer Labersimulator, oder was? Nennen Sie das? Ein Helikopter wird mich in Kürze hier herausholen. Ja, wohl wen, wohl einen rausholen. Da stürzt mich ja gleich runter, wenn es so weitergeht, ne? Ja, doch. Du kranker Hurensohn. Hallo. Sarensohn. One. One. Der sagenhafte. Der lädt mich ja nie ein. So, da drüben soll man hin. Sicher, dass wir da lang müssen? Adios, Muchacho. Na, grob in die Richtung. Geronimo! Wo will er hin? Ich bin aber weg, die Ehe. Ich habe einen neuen Fertigkeitspunkt. Den muss ich ausgeben. Äh. Oh, das war ja ein... Oh, das war nicht. Das kann er hier. Tic-Tac. Oh, ich habe Tic-Tac freigeschaltet. Gut für den Atmen. Ja, voll geil. Schrammen. Was ist das hier? Heilung. Je fitter wir werden, desto mehr gesunder können sie reagieren. Oh, das ist gut. Warum kann ich den Leuten nicht mehr in den Koffer packen? Das finde ich deprimierend. Das weiß ich auch nicht. Das finde ich asozial. Oh, ich habe ja nichts mehr, ne? Soll ich da oben hin? Ich habe ja irgendwie gar nichts mehr, sehe ich gerade. Da müssen wir ja nicht genau hin. Komm, arsch der Welt ein. Aber hier sind wir schon richtig. Wir. Hat mir gefallen. Das ist doch die andere Seite. Okay. Ich würde da drüben innen. Geronimo. Hallo. Kann man da schon mal drüben. Ja. Kann man lieber auf hier umbetreten. Ach, wir müssen jetzt zurück, oder was? Konfrontieren Sie Reis auf dem Dach des Gebäudes. Bist du oben oder unten? Wir sind im Gebäude. Wir sind auf dem... Weißt du? Da kommen sie rum. Ihr bist ja neid. Eile, hallo. Oder warum? Alter, Mann, das geht D-Zuch, ey. Ja, leider nicht. Ich habe eine Abmachung mit dem GRE getroffen. Der Queen will einen Tee. Ich würde auch ein Bier nehmen. Warte, wir gleich schon wieder gesoffen. Was? Und dann suche ich niemanden. Bier, Tee? Naja, wo ist der Unterschied? Man kann ja auch ein Bier mit Tee Schuss nehmen. Tee mit Bierschuss nehmen. Geil. Tee mit Bierschuss? Ja. Und sind wir überhaupt richtig auch, ne? Spiele davon aus. Hier geht es ja eh nicht weiter. Das muss ja nicht richtig sein. Ich gehe mal hier lang. Ach nee, wir müssen hier runter, oder was? Keine Karte verfügbar. Wir müssen hier runter, oder? Upsi. Upsi. Au. Das tat weh. Ach, Kisten. Machen wir mal die Kisten, die wir schon mal geloopt haben. Looten wir halt nochmal, ne? Ach, Mensch. Ey, hallo. No. Wo bleibst du denn? Ich weiß zwar nicht, wo ich bin und wo ich hin soll, aber... Irgendwo muss hier irgendwas sein. Ja. Ja, wir müssen komplett wieder zurück. Wir müssen auch wieder runter, habe ich gesehen. Ja, wo treibst du mich da rum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt hier irgendwo noch ein bisschen in der Gegend. Ich finde nicht so wirklich den Weg nach draußen. So, mach. Geile. Warte mal. Lady. Werde euch retten. Hier. Hallo. Hier da. Uhu. Ist ja nicht noch mal die Zone rum? Ne, ne? Nein. Oh, hier liegt noch eine Statue. Fuck. Hier, nun doch. Ganalivavion. Ganalivavion. Heavy Taschenlampe. Natürlich wieder. Wer ist auch sonst? Hier noch was zu finden, ey. Noch jemand da? Hallo? Warum liegt hier Stroh? Keine Ahnung, aber... Ne, okay, das sage ich jetzt nicht. Was? Das wird nur geklippt. Ja. Definitiv. Das wollen wir nicht, dass das geklippt wird. Nein. Keine Beweisvideos. Oh. Wie haben wir da denn? Hajo. Zahle. Bist du denn jetzt schon wieder hoch? Tronk. Wo will ich das eben klippt? Nein. Hier wird nichts geklippt. Und noch ein Kopf weg. Und noch ein Kopf weg. Hey, hier ist Bescherung. Arm. Ja, siehste, guck mal. Zack gleich ins Wasser. So gehört sich das. Hallo. Hallo, ich muss krabbeln. Wie er einfach die Leute wegtritt. Und wieder ein Kopf weg. Jawohl. Mann, das ist aber richtig. Richtig, richtig, richtig. Wieder ein Verfahren hier. Der Glücksähnigkeit. Wieder mal weg hier. Wenn der Kopf nicht so dreht, wenn man ihn gerade abgeschlagen hat. Geh doch mal weg jetzt hier. Die sind noch kaputt. Oh, er hat ja eine Kette dabei. Was ist denn mit dir das Ruhr? Mit die Krabbelparty. Alter, meine Rohren ja. Du hast doch gedrückt. Weißt du, die Fanfare blähen und dann hier rumholen, dass es laut ist? Wer bläht? Eine Rundfrau soll ich gerade ein Airehorn blasen lassen und beschwert sich jetzt, dass es zu laut ist. Das ist viel zu laut. Das muss so. Ja. Das muss so. Ich müsste ja nach oben, oder nicht? Nicht? Oder doch? Ist schon klar. Ist schon klar. Ne, halt dich bitte nicht fest. Ne, warum auch? Das wäre ja Blödsinn, wenn du dich an einem Rohr festhalten sollst. Ach, da müssen wir durch. Alles klar. Macht ja keinen Sinn. Kann ich nochmal mein Wäffelchen reparieren? Will auch sowas haben. Noddy spült wie die Herzkönigin. Ne, ich spüle. Ich bin immer... Das Herzkönigin? Immer die Herzkönigin, genau. Du musst den Enterhaken holen. Ja, wo hole ich mir den denn? Ja, ne Hölenskills. Ja, ich guck mal. Warte, ich guck, wo das ist. Wo er das wieder... So, warte mal. Das war... Das war... Das war... Das war... War das hier? Ne, da war das nicht. War das hier? Da war das auch nicht. Das ist gleich im Ersten, ist das. Ganz unten, in der Mitte. Überlebensrang. Überlebensstarterkit ist das. Ach hier, habe ich auch noch gar nicht freigeschalten. Hat noch gar nichts? Ne, also doch. Ich bin ja gerade Befertigungsexperte. Also zwei drüber. Ah, okay. Ja. Wenn sich unser Tonner rausinfiziert hat... Ja, ich will metzeln. Das war so klar, ne? Weißt du? Ja, eine Rodefrost mit seinem Klippfinger. Ja. Hallo, 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 hallo. Hier. Sprinten. Sie können noch länger... Ach so. Also wenn du hier rauskommst, würde ich mich beeilen, um wegzukommen, weil da steht wieder so ein Steinewerferhannis da unten. Steinewerferhannis. Ach so, du wirst es so schieben. Immer noch keine Karte verfügt, wo du mich rollen. Hier hat mir so ein Play-Auto. Ich kann mich hier nicht hochziehen. Das ist aber nur so eine Sauerei. Nein. Alter. Hier ist auf jeden Fall Stimmung in der Bude. Oh, ich hänge hier fest. Ist das dumm. Nee, die wollen wir noch eh nicht bleiben. Nee. Oh. Gucken wir mal, Chatteturbo. Hallo. Grüß Gott. Ja, hallo. Hallo. Ciao. Au, aua. Ciao, Bella. Hau ab, du. Ich bin null. Ah, toll. Super. Ah, das ist natürlich dumm. Aha. Ich würde dir ja gerne helfen, aber es ist gerade ein bisschen unbezogen. Ich will sogar nicht, wie ich hier wegkomme. Hallo. Und wieder Punkte verloren, Masse. Ich danke schön. Ah, nee, das ist dumm. Das ist jetzt gerade ein bisschen dumm. Komme ich nicht raus? Komme ich hier raus? Na, nun mach doch, mach doch. Natürlich. Natürlich. Oh, mache doch Eier, Junge. Oh, wieder 6, 6, 6, 6. Tausende Jahren. Schwede. So, was hast du geschrieben? Meine Finger sind ganz wund von vielen Steine kloppen. Ja, das glaube ich dir, ne? Dass so viele Minecraft in seinem Urlaub spielt, werden die Finger wund. Das ist jetzt doof. So, dann hauen wir doch mal ab hier. Oh. Moment, hier ist wieder Kamalivafion. Müssen wir nach unten oder müssen wir... Du musst da rein, da rein. Die habe ich gerade aufgemacht. Da musst du rein. Ah, toll. Hallo. Komm, komm. Sehr gut. An den Rücken. An den Rücken. 30 mal 30 mal 6 Höhlegebäude. Okay, Typ. Tag. Oh, Kiste. Tschüssigowski, hallo. Jakos Gott. Servus. Kacke. Oh. Oha. Hier ist gerade ein bisschen Stimmung. Habe ich eigentlich was einstecken? Direkt in Hölle. Das ist doch manche einfach, das sind einfach sogar treiben müssen wieder. Lauf ich überhaupt in die richtige Richtung? Och, komm. Ich denke, du. Geh doch mal kaputt jetzt. Wie sich wieder mit Kleinigkeiten abfällt. Ich will einfach nur fliegende Köpfe sehen. Die gehen ja schon bei weniger kaputt. Da ist Ruhe im Karton. Da wird gekrabbelt. Hallo, hallo. Die Lady steht schon wieder auf mich hier. Und sie hat man. Hallo, lass es jetzt. Lass es, habe ich gesagt. Sag mal. Blutgeiles Stück, du. Wie sie ihre Finger nicht von mir lassen kann. Wahnsinn. Das ist Ruhe im Karton, habe ich gesagt. Hallo, lass es jetzt mal. Tschüss, Mädels. Hallo. 1,50 Meter Abstand, was ist denn los? Können die die Regeln nicht, oder was? Achso, wir sind auf der falschen Seite. Wir müssen ja da oben hin. Ja. Hinter mir ist das Ziel. Nee, Kodi ist das Ziel. Das ist da auf der linken Seite. Hä? Müssen wir da lang? Da oben müssen wir hin. Wahrscheinlich. Ja, wir müssen durch den Tunnel wieder wahrscheinlich, oder? Ja, deswegen kann ich mich hier nicht hochziehen. In so einer Sauerei, ey. Was für ein... Ey, ich kann mich hier hochziehen, nur hier nicht. Wir müssen durch diesen Tunnel hier wieder. Ja, dann machen wir das doch. Ja, bin ich schon. Anna macht hier wieder Mittagspause. Oh. Achso. Kohle, 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 Kohle. Machen wir mal ein kurzes Täschchen auf hier. Guck mal, siehst du, die Kiste haben wir auch schon wieder auf. Passt doch schon. Passt doch schon. Weiß gar nicht, ob das schon der finale Kampf ist. Wegen Grais. Jetzt schon. Na, weiß ich nicht. Na gut, wir haben das schon. Über 80 Prozent haben wir schon, ne? Na ja. Mach der Kist nicht mal auf. Das noch ein bisschen vorzubereiten. Das ist auch wieder zu viel verlangt. Entschuldig. Hier, ich hab was für dich. Ach, komm, hau mit deinem Schmodder da. Ey. Hallo, hallo, hallo. Kann ich denn hochziehen? Müssen wir jetzt lang? An! Da müssen wir schon mal nicht hoch, ja? Sieht nicht genau aus. Also ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Hä, was ist das für ein Schwachsinn? Müssen wir hier irgendwo lang? Ach, hier oben. Da müssen wir wahrscheinlich. Ups. Na toll. Zapp, zapp. Oder da drüben hin. Nee, aber da geht's wieder runter. Na toll. Da müssen wir wahrscheinlich wieder hin, da drüben hin. Boah, Alter. Oh, doch. Ja, wahrscheinlich. Mir hat so eine Drecksbrühe gefallen, ja. Oh, das ist die gleiche Käse wie das letzte Mal wieder. Kriege wieder, kriege wieder einen Hals gleich, ja. Ach so, schon. Oh, da rüber jetzt. Ah, toll. Mach's halt so. Mir hat's ein Dicke hier. Oh. Blöder. Blöder Schwein. Oh, da komm ich nur einmal trockenen Fußes hier raus. Aber nein. Oh, ne Kiste. Nee, halt. Nee, brauchst du nicht festhalten. Die Beulen haben ein paar blaue Flecken. Wäre Blödsinn, wenn man sich festhält, dann was, wenn man was hinspringt, ne? Nee, ach Quatsch. Warum? Ja. Ja, Geronimo. Wäre zu viel verlangt. Abflug. Jetzt noch die. Nee, wir kommen jetzt hier wieder nach oben. Nee, komm nicht. So, was ist denn jetzt? Geh doch einfach mal hier. Mongo ist keine Frucht, hab ich gesagt. Ob wir hier tatsächlich richtig sind? Weiß nicht. Heißt du, dass wir hier richtig sind? Ob wir wirklich richtig stehen, siehst du, wenn das Licht angeht. Glaub ich nämlich, aber okay. Ja, wir laufen jetzt zurück. Wir sind den ganzen Weg hingelaufen, jetzt laufen wir jetzt zurück. Ja, wie komm ich jetzt wieder rüber? Das wird böse. Junge. Ich glaube, das war eine schlechte Entschuldigung. Kostadress, ja. Konzentration. Nee, da geht's nicht lang. Da geht's auch nicht lang. Geronimo. Da geht's auch nicht. Oh, oh. Ach, da geht's lang. Ich ziehe in der Rutsche. Halte ich doch mal jetzt eine Leiter fest, du olle Pansen. Pansen? So. Also irgendwie fühle ich mich hier nicht so richtig. Ja, aber die Pfeile zeigen da lang. Weiß auch nicht warum, aber die Pfeile zeigen alle da lang. Langsam ein bisschen eng mit der Luft hier. Ich glaube, wir sind einmal im Kreis gelaufen, habe ich eher so das Gefühl. Ähm, warte. Wo kann ich jetzt? Die Richtung. Ähm, ja, wir waren hier gerade, ne? Ja, 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 eben, deswegen. Hä? Deswegen sag ich ja, und die Pfeile, das sind glaube ich nicht die Pfeile. Geht er weg, habe ich gesehen. Hallo. Ich habe keine Zeit, lass mich durch, ich bin von der Presse. Hallo, wo kommen wir alle her? Ich bin von der Presse, lassen sie mich durch. Wir sind ja vorhin ja lang. Sind wir ja hier? Müssen wir hier eigentlich hin? Deswegen sag ich ja eigentlich, wir sind hier. Oder müssen wir da unten durch? Aber wo kommen wir denn da aus? Das wisst ihr, ich sehe hier, nix. Ne, hier ist nix. Hier ist nischt. Aber da waren wir gerade. Ja, ja, das ist mir klar, aber... Äh, wo komme ich denn hin? Äh? So. So. Aber hier sind wir auf jeden Fall schon mal draußen. Das ist an sich ja schon mal richtig. Ach, ne, ja, gut. Aber wie kommen wir jetzt hier aus dem Loch wieder raus? Warten Sie. Ja gut, oder wir hätten nicht wieder in die Kanalisation gedurft, als wir draußen waren. Ja, definitiv. Hallo. Uh, der ist sauer. Der hat keinen Bock. Der ist pissig. Ja, Bock hat er schon. Bloß nicht auf das, was ich Bock habe. Hier schweben Steine. Warum schweben hier Steine? Warum schweben hier Steine? Wusstest du? Ja. Okay. Ich frag von einem Freund. Spring doch rüber, du Trottel. Hier irgendwo müssen wir... Okay, du sollst hier nicht rüber springen anscheinend. Wer will mich, ja. Wer will mich nicht? Da kommen wir nicht durch. Okay. Nee, es ist nicht gewollt, dass wir hier rauskommen, auf jeden Fall. Du warst gerade hier oben gestanden. Nee, nee, sonst hätte ich mich doch irgendwo hochziehen können. Au. Ich bin schon wieder Steine geworfen. Was ist denn hier los? Ich bin immer so ein Weg hier. Bist du schon wieder hin? Ich laufe durch die Kanalisation hier wieder durch. Ich versuche mich so ein bisschen nur an dem Kreis zu orientieren. Ganz grob. Ganz grob, ja. Aber dann sind wir genau wieder an der gleichen Stelle. Ja, genau, das ist es. Landen wir nämlich... Oh, wie sie merken, ist das doch. Das Ruhe im Karton, habe ich gesagt. Ruhe. Ist kaputt. Aha. Geh weg. Muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, hier rauszukommen. Da geht es dann wieder nach unten. Das ist verkehrt. Dann lass mich in Ruhe geben, ist wie hier. Verperieren. Wo komme ich denn hier jetzt hoch? Und hochklettern ist auch nichts. Trinkt alles nichts. Das ist nämlich auch keine Möglichkeit. Hakenmäßig komme ich auch nicht weiter. Was ist denn da? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Muss wir hier irgendwas machen? Ne, da kommen wir auch nicht hoch. Oh Gott. Was gibt's denn da hier, Alter? Wie oft soll ich noch... ...lücken? Ich schmeiß da Öhnisch. Keine Ahnung. Ich laufe jetzt nochmal da lang. Ich gucke mal, müssen wir hier raus. Äh... Das ist die Beulen. Ich muss gleich mal den Chat lesen. Aber sollten wir... Pokémons wohnen. Ja, genau. Wir wissen nicht. Zombie-Pokémons vielleicht. Ja. Wir müssen uns im Prinzip schon an den Fallen orientieren, aber rückwärts. Meinst du? Ja. Da bin ich abgekrat. Den... ...den... 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 Hier bin ich. Äh, hier. Hier. Hier bin ich, ja. Hier. Hast du gut gemacht. Hier. Hier. Ach, hier bin ich. Hier bin ich. Ach, hier bin ich. Hier bin ich. Ach so. Nicht da drüben bin ich. Ich bin hier. Hier bin ich. Such mich. Hier bims. Na toll. So, jetzt nach links. Maastlich. Warte mal, hier können wir erstmal noch ein paar Sachen einsacken. Ach so, okay. Dann mach ich den. Und dann... Hey, wo sind wir? Scheiße. Wahnsinn. Machst du denn ein LKW da auf? Jetzt, ja. Na, jetzt kommen wir wieder so ein... Schreie, Heini. Jetzt ist es da oben drauf, ja. Jetzt hast du das. Das hast du da vorne. Oh, auch gleich weggehackt. Hallo, ich bin beschäftigt, dass er meint, wer er ist. Mach ich den nur mit. Hallo, was bangt ihr eigentlich, wer ihr alles seid? Wenn ich das Medibag, das ich hier benutze, habe ich gefunden, ob wir benutzen werden. Da bleibst du unten, Fräulein. Aber sowas von. Zieh ich mir nicht rein. Hallo, Rektor. Hä, was ist denn... Oh, komm hoch, Mutti. Okay. Oh, der will noch mal, hört man nicht. Ziehlein, habe ich gesagt. So, Mutti, komm hoch. Komm hier, komm. Hallo. Kommst du denn, ja. Oh, entfört du gegackt. Jawoll. So, wo müssen wir hin? Die rechte Seite. Rechts. Oh, okay. Das ist ein wenig tiefer. Der soll nicht runter. Aber das ist der Bereich mit der Kanalisation da hinten? Ich weiß nicht. So, was ich kann kurz noch sagen, wir gehen mit der Kanalisation, da ist die Linke eing miesstum. Ja, das ist das. Das heißt, dass ich mir für die Alternationale wieder eine curveball ist. Ja, das ist doch echt. sometimes über... ... Untertitelung des ZDF, 2020